Okay, das ist echt viel. Das ist mir jetzt so egal, ey. Ich sammle jetzt auch nichts ein, weil ich... ...find ja eh kaum was zum Sammeln. Ich geh jetzt einfach dahin, wo ich hin muss. Fertig. Bin im Mittel, ist eh voll. So. Ja, Deck von vorne, das war klar. Jawohl, Lüftungsschacht, sehr geil. Mach ich jetzt hier lang? Ja. Oh, Bombe. Sehr effektiv. Sehr effektiv. Das ist keine Überbrückung. Verdammt. Speicherpunkt. Bitte. Komm schon, komm schon. Danke. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, jetzt kann ich auch gut sehen, wenn das Alien reinkommt. Weil ich mich auch wieder neu orientieren muss jetzt. Na, komm rein. Okay. Es meint halt öfters auf dem Absatz kehrt, das Drecksvieh. Das ist das Problem. Oh. Oh. Also Lüftungsschacht ist eine ganz dumme Idee. Wenn das Alien in der Nähe ist. So viel erstmal dazu. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich brutal verlaufen. Shit. Da ist er die ganze Zeit rumwatschelt. Das Alien, geh ich davon aus. Dass ich auch hin muss. Ich hab mich überprüfen. Ich hab mich verle case. Ich hab mich verletEN. Du hast du ehrlich gesagt, es ist das nicht so gut zu sein. gut oi ich habe den atem angeheilt ich habe ich da hinten gelegt ist er übrigens gebracht ach ja das wird ein lustiges display werden leute das wird auch lustig werden hier wird einiges an blut schweißen und tränen fließen das sage ich euch vor allem blut so ein paar blutdrucktabletten nehmen glaube ich ja 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 sehr gut luftschacht ist immer gut gute wahl ich weiß wo ich bin so in einem der räume ist nämlich die kacke die ich brauche wo bist du ärgerlich nicht in meine richtung kommen nein 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 ich will doch ich wollte doch die tür überbrücken ich werde das nicht überleben mein herz macht das einfach nicht mit du bist du ich frage mich nur wenn das in die bereiche kommt wo ich ja gut lüftungsschächte macht sinn da ist es lang gegangen ausweiskarte erstens habe ich jetzt so neu verkabelung keine zeit und zwar ins primus glaube ich nichts ich glaube es ist irgendwo in lüftungsschächten das vieh ich glaube der raum variiert auch immer wo sich die die lüftungsschacht ja oder lüftungsschacht oh nein kein lüftungsschacht also so dass ich ich brauche zwei parts aber der scheiß hier dran ist der hammer ich kann mich auch nicht drucken auch genau genau ja mal einfach machen zu geht Läuft. Boah, du Pissvieh, echt. Immer aus den Räumen rauskommen, ist halt die Problematik. So. Okay, jetzt kannst du nur von vorne kommen. Das ist immer viel wert. Was ist hiermit? Schlüsselkarte. Schacht rechts, Schacht oben, Raum links. Was ist denn? Manchmal ist es einfach zu weit weg, weil es durch die Lüftungsschicht zu weit weg gekrabbelt ist. So, wir müssen einfach die Ruhe lassen. Hallo. Hallo. Wow, war einfach nur zerlegt. Danke. Geht corej Valent Ec scholars. Ich weiß nicht, dass das hier in Garten noch einmal kaputt steht. Also ist es eher vergleichbar. wow ich würde es gerne mal schaffen so langsam total toll ja, wer hätte es gedacht danke ich würde bitte einfach in die Lüftung schauen oh shit ich würde einfach weg ich habe wieder mich zurückgelegt zurückgelehnt und habe auch Atem angehalten das bringt einfach nicht immer was ich bin so am schwitzen das ist der Hammer ich muss gleich erstmal duschen gehen nach dem Bad ich weiß auch erst in welchem Raum es ist danke sehr geil, sehr geil, sehr geil das ist immer ein richtig Wohltat wenn das Kackvieh in die Lüftungsschichte klettert danke man hört ja aber nicht immer wenn es zurückkommt so das ist nämlich eins der Beispiele jetzt ich hätte jetzt einfach keine Zeit um die Kacke vorzulesen mancher muss man da ein paar Sachen machen um irgendwelche Türen aufzuschließen oder so also nicht aufzuschließen sondern zu aktivieren quasi aber ich könnte unmöglich da was vorlesen in Ruhe das geht einfach nicht das ist das beste Beispiel kann ich die Tür blockieren? kann ich nicht scheiße ich warte bis sie entfernt hat okay jetzt glaube ich weit genug weg ich probiere es ich habe keinen Zeitdruck nein, nein, nein ich bin in Ruhe selbst das ist alles gut so jetzt steht es einfach dahinter dann habe ich mich kaputt ich weiß ja nicht wo ich hin muss jetzt fuck oh hallo ja, 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 ja genau ich muss nur jetzt den Dr. Coolman zurück ich könnte theoretisch rennen aber rennen ist darf noch nicht soll ich mal in den Schwanz beißen ja okay ich laufe einfach in die falsche Richtung oh man ich bin aus dem Gröbsen jetzt eigentlich raus denn das Gebiet ist viel weitläufiger jetzt und das fies einfach nicht auf dem Motion Tracker zu sehen so nennt das Ding sich nämlich in bei uns die Rückkehr ja warte warte drück doch den scheiß Knopf du okay, oder so verdammt verdammt Coolman sie wussten, dass dieses Ding hier ist das ist unfair ich war mir nicht sicher, ob es dort ist und jetzt den Zugangscode 1702 zufrieden? jetzt lassen sie uns zur Arzneiausgabe gehen natürlich, natürlich versprochen ist versprochen bitte entschuldigen sie mein Verhalten ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein um den Lift zu aktivieren dann können wir die Schlüsselkarte nutzen um nach unten zu fahren ich kann einfach das Ding nicht aktivieren also die Überbrückung warte, ich komme zu dir, du Affe oh alter, ist das heftig, ey so ich sammle meine Sachen und dann können wir los äh, warte mal da ist noch ok, ich komme weg oh god was soll ich dazu jetzt bitte sagen wo bin ich jetzt boah ich laufe jetzt einfach durch ich würde nämlich auch gerne einfach mal weiterkommen das war einfach nur jetzt echt echt nervig weil ich konnte ich konnte einfach die Tasse nicht drücken das war wie mit der Überbrückung das eine Mal ich konnte es einfach nicht danke war das hier? ja wurde wahrscheinlich eh wieder nichts bei sich was ist das Ich bin tot. Ich will es einfach nur schaffen in dem Party, was alles möchte ich doch gar nicht. Wie gesagt, keine Sorge, es will nicht das ganze Spiel so sein. Also diese omnipräsente Bedrohung wird man schon die ganze Zeit haben, ja. Aber es wird auch noch besser werden, also. Weil ich einfach komplett, ich habe, wie gesagt, das ist ein richtiges Labyrinth, ich habe keine Karte. Ich kann mich nicht verteidigen, kann gar nichts. Aus diesem Grund ist das jetzt halt einfach extrem schwierig alles. Ich glaube, ich muss hier durch, glaube ich. Ich kann auch einen anderen Weg bestimmt nehmen. Aber es ist aber nicht verkehrt, wenn ich die Wege schon mal freigeräumt habe für später. Das kann echt nicht... Wo habe ich es denn hier? Schaden. Das war ja von asozial. Tut mir leid. So, Alex. Wir werden das jetzt schaffen. Das ist ein braves Alien, was uns jetzt in Ruhe lässt. Ich kann es nicht drücken, das gibt es doch nicht. Verdammt, Kuhlmann! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 17.02. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Ja, mach doch einfach hin jetzt! So. Ich hau jetzt hier ab. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh schon mal vor. Muss aber warten, bis er aktiviert wird. Komm, mach hin! Weil ich sonst, ne? Weißt ja, was sonst blüht. Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Gut, ich hab auch nichts von, wenn ich den jetzt töte. Also ganz ehrlich. Tut mir leid. Ich bin weg. Danke, danke, danke. Und nochmals danke. Alter, ist das heftig gewesen. Oh! Mir tut alles weh. Ich bin einfach nur schweißgebadet und müde und hab Hunger und will einfach nur, weiß ich nicht, einfach nur, weiß ich nicht. Gut, Leute. Dann vielen Dank für euer Interesse. Ja, und es geht dann noch mutter weiter, würde ich sagen, in den nächsten Parts. Also, machen wir was. Es kommt jetzt nicht, dass irgendwie was kommt, was kommen könnte, irgendwie. Hallo? Laden, laden, laden. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!